Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Mag und zwar mit der Twitch Mag. Das war schon eine Mag in der Runde und es war der Twitch Mag. Und dann dachte ich mir, komm, da müssen wir auch mal wieder die Twitch Mag auspacken. Vielleicht tunnelt der Killer dann ja die andere Twitch Mag. Hey, lassen wir uns überraschen, Leute. Ich hab, wir schaffen das dabei, Balanced Landing, Verzerren und Adrenalin. Und wir sind mal gespannt, gegen welchen Killer wir spielen, oder? Mal gucken. Wenn es so ruhig ist am Anfang, hab ich ja mal Sorge, dass hier gleich irgendwie jemand um die Ecke gestalkt kommt oder irgendeine solche Geschichten. Mal gucken, mal gucken, was passiert. Kann ja auch sein, dass irgendjemand anders schon gejagt wird bis auf die Obsession. Da würden dann ja die Balken da umher wackeln. Und ja, man hört's wahrscheinlich, äh, oh, okay. Das ist übrigens die andere Twitch Mag. Man hört's wahrscheinlich, äh, ich bin immer noch... ...etwas angeschlagen. Es ist tatsächlich Ghostface. Verstecken wir uns mal eben. Ist er weggegangen? Ah ja, er ist schon bei der Obsession. Oh, kacke. Gerade noch gesehen, dass der David schon zum Geiern kommt. Ja, ich hätte halt, wir schaffen das dabei. Nurses Calling is real. Hab jetzt eben kurz aufgehört zu heilen, damit nicht der zweite Stack mit Nurses Calling drauf geht. Wäre irgendwie ein bisschen ärgerlich gewesen. Okay, Obsession wird weiterhin gejagt. Ja, die Schneemap. Ich bin ja nicht so der größte Fan von dieser Map. Mal gucken. Wenn die jetzt alle so am Geiern sind, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen. Und, äh... Ich meine, wir schaffen das nicht besonders häufig nutzen. Barbecue hat er auch noch. Okay. Aber den ersten Stack habe ich durch Nurses verloren. Also Nurses Calling und Barbecue. Schon mal zwei Dinge, die wir safe wissen. Da vorne ist David am Schleichen. Obsession wurde gerettet. Von einer anderen Twitch-Mag dann offensichtlich. Okay. Krass, dass der auch schon so weit gewesen ist, ne? Er hat ja nur eine Person dran gearbeitet. Nicht schlecht. Oh, da wurde jemand markiert. Und liegt auch am Boden direkt. Ich versuche mal eben in den Radius reinzukommen. Damit ich nicht, äh... Damit ich nicht meinen letzten Stack direkt verliere. Hat geklappt. Da ist er. Der kleine Stalker. Okay. Ich rette direkt. Wir schaffen das. Twitch-Mag. Wir schaffen das. Okay. Sie glaubt nicht dran. Interessante Laufwege. Ich glaube, das ist eine doofe Idee, ehrlich gesagt. Weil da oben ist Ghostface. Da oben war doch gerade Gold... Ja, er hat irgendjemanden... Irgendjemanden stalkt da gerade. Oder er wurde aus der Fähigkeit rausgeholt. Da ist er. Ehrlich? Ist er. Er ist angehalten. Habe ich jetzt nicht so mit gerechnet, dass der mich da unbedingt gesehen hat. Muss ich gestehen. Oh, ja moin. Ist hier noch eine Palette? Jo. Alles klar. Blut. Blut. Hallo. Ach, scheiß. Sie wandern. Das ist jetzt ungünstig. Wuhu. Ziehen. Panikpalette. Heiß. Komm schon. Nein. Er hat es noch geschafft. Ach, Mann. Okay. Ärgerlich. Gar nicht gemerkt, dass der mich schon so effekt gestalkt hat. Gar nicht gemerkt, dass der Terror-Radio ist weg. Wow. Kling, kling. Da hat er vor Wut erstmal gegen die Wand geschlagen. Ja, wir haben Adrenalin. Ich meine, wenn der letzte Generator jetzt fertig werden sollte... Er sieht durch Barbecue die anderen Leute, aber er müsste auch sehen. Jo, ich wollte gerade sagen, er müsste eigentlich auch sehen, dass der da... Oh, oh. Oh, oh. Lauf. Er will mich schon wieder. Oh mein Gott, das Twitch-Shirt. Es wirkt. Der Ausgang ist da. Oh, Ausgang ist schon offen. Aber welcher? Was eine krass schnelle Runde. Verrückt. Der da vorne. Ich glaube, ich bin schon relativ weit gestalkt worden, ehrlich gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht sollte ich bis Balanced Landing... Oh, shit. Session wird gejagt. Ja, scheiße. Irgendwo ist raus. Kacke. Hätte er halt gern, dass der da weg geht. Ich höre die Luke rechts. Hier im Haus. Ja, nice. Okay. Hat sich erledigt. Du kannst von mir aus doch am Ausgang stehen bleiben. Ja, GG. Das, äh... Wow. In unter sieben Minuten WTF. Und wir hatten keine Items dabei oder so. Das ist echt, äh... GG. Das ist echt heftig gewesen. F-an-Greis. Dreimal Gold, einmal Silber. Alter. Das ist echt, äh... Krass. Ich meine, okay. Er hat auch keinen Ruin dabei. Er hatte sogar Pop Ghost Weasel dabei. Aber ich weiß nicht, ob er es mal benutzt hat. Die anderen beiden hier, die wussten wir. Hier Flüster hatte er noch mit am Start. Aber guck mal. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie, ähm... Wir hatten auch keine Werkzeugkoffer dabei oder so. Hatte irgendjemand Beweise dich dabei? Nein, nee, auch nicht. Also verrückt irgendwie, oder? Die Runde ging echt. Also da wurden einfach nur die Gents gemacht. Krass. Okay. Kann man machen. Äh, ja, da fehlt ein bisschen was zu Gold. Also nee. Hier hätten wir vielleicht nochmal einen holen können. Aber wir haben eh einen Pip bekommen. Also von daher passt das alles. Ja, kurze, knackige Runde. Meine Stimme wird es mir danken wahrscheinlich. Ich denke, ich belasse es heute bei dem einen Video. Weil meine Stimme ist heute echt nochmal ein bisschen schlimmer. Ich habe noch Halsschmerzen bekommen. Aber ich hatte Bock, noch wenigstens ein Video zu machen für euch. Deswegen, ähm... Bin ich ein bisschen froh, dass es jetzt tatsächlich eine etwas kürzer Runde wurde. Ich hoffe, dass es morgen wieder besser ist. Ich ballere mich so ein bisschen mit Medikamenten zu. Ich trinke fleißig Tee. Auch wenn es in Hannover gerade irgendwie 30 Grad sind. Aber es muss ja wieder bergauf gehen, ne? Gut. Da ich jetzt nicht noch zwei Minuten quatschen will, um das Video auf zehn Minuten zu strecken. Wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder, würde ich sagen. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.